Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zur dritten Episode Minecraft Border. Noch leben wir alle. Elina, Gambo, Candy, alle sind am Start. Hallöchen. Hallo. Wir spielen Hardcore. Das heißt, sollte jemand sterben, ist, also wenn ich sterbe, Projekt sofort beendet. Sofort. Bam. Sollte einer der anderen drei sterben, wird er als Geist wiedergeboren und, naja, kann uns zugucken, wie wir Spaß haben. So, Leute, was ist... Also, wenn ein Skelett auf dich schießt, werde ich mich vor dich stellen und den Pfeil abfangen. Das machst du eh nicht, du Verräter. Das will ich sehen. Ah, ich sterbe, oh mein Gott. Eigentlich, Gambo, wir haben kaum Rüstung, machen wir keine Fatzen hier. So, wir müssen, Ziel Nummer eins der heutigen Episode, wir müssen halt, falls ihr das nicht wisst, mit Erfolgen die Grenze erweitern. Kriegen wir einen Erfolg, geht's weiter nach außen. Und es geht halt auch immer weiter. Ich glaube, von Erfolg zu Erfolg ist es immer mehr. Wird ja mathematisch Sinn machen, oder? Wir brauchen Diamanten. Ziel, erstes Ziel heute, Diamant. Wer zuerst den Diamant findet, darf sich was von den anderen dreien wünschen. Let's go. Ich bin aber der Einzige mit der Eisenspitzzacke. Ich wollte gerade sagen, dass ich ein Eis bin. Warte, okay, warte, wir müssen... Ja, warte, zurück, Elina, zurück. Hä, wieso? Ja, wir müssen ja hier Gleichstand machen. Ich gebe... Habt ihr überhaupt Eisen? Nee. Nein. Nee, wir haben ja kein Eisen. Drei Gambo. Ja, nee. Schwankofat. Drei Candy. Drei Elina. Jetzt machen wir uns alle eine Eisenspitzzacke. Zehn. Okay, zehn Elina. Hä? Hä? Ich hätte da was mitbekommen. Hä? Leute, lasst eine positive Bewertung, wenn ich jetzt Candy den Rücken schlagen soll. Ey, perfekt. Die haben geliked. Boah, die haben alle geliked. Alle haben geliked. 20.000 likes. Happen dir, Happen dir. Hä, laber nicht, Elina. Wir haben das... Race hat noch gar nicht begonnen. Die hat X-Ray an. Okay, also jetzt alle oben hat den Eingang. Wir müssen jetzt hier loslegen. Och, Mann. Halt. Jemand hat mein Schild geklaut und ich werde erst losgehen, wenn ich weiß, wer es hat. Ich habe mein Schild. Warum sollte man dir das klauen? Jeder hat ein eigenes Schild. Ich habe es auch nicht. Auf die Plätze. Mir ist egal. Fertig. Los. Okay, okay, okay. Ich finde hier sonst überall nur Steine. Ah, Leute, genau. Wichtig. Elina hat ihren ersten Song veröffentlicht, Leute. Ich verlinke euch den in der Videobeschreibung. Könnt ihr anklicken und reinhören. Ist cool. Ich komme auch drin vor. Elina, mach mal. Da ist alles ausgeleuchtet. Du bist ein bisschen zu vorsichtig. Da ist was. Skelette. Hä, wieso spawnen ihr Mord? Ach, weil die spawnen außen, laufen rein, oder wie? Ich muss die jetzt killen. Ihr seid ja viel tiefer als ich. Aua, ich habe nicht mal ein Schwert. Kenny, du bist an der falschen Endstelle runter. Ach, Mann, ey. So, let's go. Aber wir sind extrem hoch immer noch, ne? Oh mein Gott, ich habe mir... Nein, ich habe keinen Fall. Ich habe meinen Gang schon vorgeworden letztes Mal. Oh mein Gott, oh, 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 Skelett, Skelett. Boah. Oh mein Gott. Kenny legt los. Ich sage, in dem Race stört mindestens einer. Ach, Quatsch. Ich muss sagen, ich muss instant wieder nach oben, weil ich habe nur noch eine Gemüsesuppe. Nee, die darfst du nicht essen. Die darfst du nicht essen, genau. Und ich habe deswegen kein Essen. Das ist schlecht. Dias, Dias! Nett, erst wenn der Erfolg im Chat ist. Erst wenn der Erfolg. So würde sich das anhören, wenn ich das schon mal wüsste. Garmbo, mach du mal. Ich will mal deine Emotionen hören, wenn du Dias findest. Ich habe Diamanten gefunden, Freunde. Okay, das war ohne angenehm. Na einmal, wie würde sich das anhören? Oh mein Gott, ich habe Diamanten, Alter! Aber jetzt ist die Frage, wie hört es sich bei mir an? Und echte Experten müssen das eigentlich wissen. Ja, genau. Unheblich. So geht das? Besten, Freunde. Ich mache Never Dig Straight Down, vielleicht wird Projekt beendet jetzt? Ben, mach das nicht, hör auf! Ein Einwandwitz war ich nicht. Okay, ich höre Skelette, das heißt Höhle. Ich habe Ton gefunden, mein Eisenspitzhack ist fast im Arsch. Alter, du hast aber einen nicen Ton, Ben! Yeah! Klingt heute echt gut. Danke, Elina, ist ja nett, du auch. Zum Glück habe ich das ganze Eisen von uns, ich kann ja im Notfall eine zweite Eisenspitzhacke machen auf gelegter Basis. Unfair, darfst du nicht! Meint ihr, dass der Ton steht für irgendwas, dass dahinter was ist? Ich war nämlich auch bei dem Ton, da ist gar nichts hinter. Ich habe mal monatelang, na gut, solange... Wo seid ihr denn gerade, Leute? Oh, ich bin am tiefsten, ich bin am tiefsten von allen. Ich bin immer noch voll weit oben. Ich bin am tiefsten von allen. Let's go. Alter. Höhle gefunden, Enderman, oh, 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 oh. Oh, Enderman ist sehr gefährlich. Ey, nein, Leute. Enderman, hatte ich nicht ein Rüstungsteil, sag mal? Warte, ich crafte mir jetzt eine Brustplatte, mir ist jetzt alles egal. So, ich habe jetzt mir einfach eine Brustplatte gemacht. Ich höre sehr viele Monster. Also, ich meine jetzt nicht euch, ich meine jetzt Richtige. Ich bin so tief, Leute, ich bin auf 43. Ich habe ein Azaleenbier umgefunden. Nein. Doch. Oh, ich habe jetzt keine... Bring mir so eine Blüte mit, bitte. Hä, wer ist denn unter mir? Yo! Gambo ist unter mir, wie seid ihr so schnell runtergekommen? Let's go. Er schreit die ganze Zeit rum, ich bin am tiefsten. Ich bin safe, aber ich bin safe. Ich bin gleich tot, ich bin auch safe. Lina, du darfst nicht sterben, vorsichtig. Jetzt darf jeder auf 3... Das ist jetzt wichtig, Leute. Auf 3 sagt jeder sein Wunschkandidat, wer zuerst rausfliegen soll. Okay. 1. 2. 3. Benjamin! Ey! Ich habe extra nicht gesagt. Ich habe gar nicht verstanden, was erinnert ist. Leute, ich will, wenn, dann soll ich als Erster gehen, weil ich will nicht, dass einer von euch drauf geht. Oha, Ehrenmann. Hast du in der letzten Folge noch etwas ganz anderes gesagt? Nein! Okay. Denn wenn ich rausfliege, kann ich länger deinen neuen Song hören. Oh yeah! Mann, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so lang dauert hier. Das dauert echt ganz schön lange. Leute, findet ihr hier auch überall nur Steine? Ja. Ja. Ich glaube, ich mache X-Ray an. Moment. Auf Dauerschwein. Oh, ich habe hier was, ich habe eine Höhle. Ich will der Erste sein. Oder ist es was, was... Nee, das habt ihr jetzt nicht gegangen. Oh my God, 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 oh my God. Oh, du bist auch unter mir, wenn? Ja, ja, ich dachte kurz, ich habe eine Mine gefunden. Die hast du nur als Erz finden, nicht in einer Kiste. Nee, Kiste zieht auch. Wenn die Errungenschaft kommt, dann zieht es. Ja, ja, das kriegt man ja bei der Kiste. Da traue ich mich jetzt da alleine rein, Leute. Irgendjemand baut mir hier gleich in die Quere rein. Ich höre das doch. Meine Pickaxe ist... Oh my God! Du hast mich so erschrocken, ey. Junge, ich habe es doch gehört. Ich bin mein Diebslapper. Meine Pickaxe ist gleich kaputt. Meine auch. Candy, sollen wir zusammenarbeiten? Ja, du baust und ich... Du holst neue Pickaxe. Jo, Ben, schaff das. Ich baue hier weiter ab. Bist du bei mir? Komm, Gambo und ich werden gewinnen. Ich habe Fäden, ich habe auch Wasser gehört übrigens. Das haben wir ja noch gar nicht, ne? Ja, aber ich habe auch Eisen gefunden. Also einen Eimer könnten wir machen. 55 ist das jetzt, ich meine. Alter, aber da explodiert die ganze Zeit was. Ja, bei mir, ich habe hier Stress, ey. Ich sterbe! Nein, 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 nein. Nein, nein, wo, was, wo, warum, was? Das war ein Witz. Boah. Ja, aber ich habe hier echt ein paar Monster. Ich habe echt ein paar Probleme. Ich habe Schien, Leute. Bring uns Schien. Irgendwas. Schienen? Ja, Schien. Ja, falls wir irgendwann mal Villager haben. Ich habe Gold, aber ich kann es nicht abbauen. Schade. Warum nicht? Ich habe Lepes Lätsen. Was hast du? Lepes Lätsen. Was ist das? Ja, das ist wie Diamant quasi. Oh, dann hat er ja gewonnen. Ich baue mich einfach wieder nach oben. Ich habe viel zu sehr Schiss. Hey! So, Gambo, mach weiter, aber zu Not ziehe ich die Leine. Scheiße, ich muss mit euch arbeiten. Ich kann mir keine Eisenspitzhacke mehr machen. Ich sehe so nichts, Kenne ich, weil sie die Blöcke haben. Verbraucht nicht eure Eisenspitzhacke, wir brauchen mindestens eine, ne? Ich baue die nicht einmal benutzt. Ich habe, oh mein Gott, da unten ist Warden, da unten ist Warden. Warden. Doch, da ist das Warden. Nein, nein, nein. Das ist wirklich hoch. Boah, Warden ist ja Brandgeleck, das stellen wir alle. Never dig straight down, okay, Gambo? Ja. Oh mein Gott. Ich stand als Creeper hinter denen einfach. Es gibt gewisse Grenzen, es gibt gewisse Grenzen. Hey, da sind gar keine Dias, ihr Lügner. Wo sollen da die anfangen? Das ist der Ancient City. Oh, das ist Big mit Lut. Das ist der Ancient City. Siehst du das da? Das ist Stronghold. Das ist Ancient City, Stronghold. Ja, ja, doch, doch. Nee, nee, beides, beides hier. Da sind Dias drin und ich werde jetzt reingehen. Kommt man da irgendwie rein? Wir kommen da ohne Damage halt nicht runter. Na gut, Damage, also ... Boah, aber da müssen wir den anderen Sneaker machen. Ich spring runter und baue mich wieder hoch. Ja, okay, Candy, also du überlebst das tausend Prozent. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich habe nur ein Problem, dass da ein Warden spawnt. Aber ich sehe da keine Sensoren, ne? Ja, geh mal runter, da passiert ja eh nichts. Dann baue ich mich mal hoch. Sicher? Ja, ja. Ich baue jetzt will das nicht. Schill kurz, bleibt alle kurz dastehen, wo ihr seid. Was baust du? Was macht der? Oh, oh. Wir gucken, ob hier die Wand etwas ein Ticken runtergeht. Ja, ja, ja. Aber das ist nicht tief. Ist auch nicht tief. Ich will es trotzdem nicht riskieren. Aber wir triggern den Warden, ne? Wenn du runterfällst, dann gehst du vielleicht mit halbe Leben raus. Wenn da ein Skelett ist, bist du anders weg. Nee. Skelette sind da nicht, weil der Warden macht die Skelette platt. Der Mann hat Rüstung an. Ihr seid viel zu, viel zu Angst. Benjamin, du hast Rüstung an. Guck gerade, ob es irgendwas gibt. Bauen wir deine kleine Plattform, wir kommen runter. Ja. Und eine Treppe bitte? Ich baue den Weg runter, ich baue den Weg weiter runter sonst. Er baut so einfach so. Was macht er denn? Er soll Plattform bauen. Er hat die Dias gesehen, er hat die Dias gesehen. Ja, haha, ja, Jibbi. Baut das mal wieder auf da. Geht nicht weiter. Ich brauche Essen, Leute. Habt ihr Essen? Ich habe Essen dabei, ja. Es ist doch, Leute, stell dir das nicht so an. Irgendjemand muss ja dran denken. Zack. Ich brauche Essen gemeldet. Oh mein Gott. Alter, ich kann nicht mehr. Hinter dir ist noch eine Pilzsuppe. Oh, korrekt, danke. Wir haben jetzt einen Fluchtweg nach oben. Aber da ist keine Kiste, ich habe nichts gesehen. Ah, der kann hier gar nicht spawnen, weil das doch viel zu kleines Gebiet ist, Leute. Nee, ist eh auch klein. Sneakst du? Hier sind doch eh keine Sensoren, also es ist schmutz. Wer bringt uns, unabhängig davon bringt es uns auch nichts, weil es ist nichts. Ist ja auch keine Kiste hier. Aber wir machen gerade übel viel. Oh doch, da sind, hier sind sie, ja, ja, ja. Hier sind Sensoren. Nein, 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 lass mich hoch. Alles gut. Ich geh. Ich such Dias, hier sind keine Dias, ich hau ab. Nee, hier ist echt nichts. Elina ist so ruhig, die sucht die ganze Zeit. Die ist da am Farb, ne? Nee, die macht die chillt oben. Ich chill, ganz gechillt. Ich wäre schon zweimal hier draufgegangen. Ich habe aufgegeben, bevor es losgegangen ist. Hm. Soll ich mal einen Warden triggern? Nee, lass mal bitte. Wenn ich jetzt sowas werfe? Das Ding ist, ich kann ja jetzt Dias finden, ich habe gar keine Spitzhackung, um das abzubauen. Ich aber. So, ich geh jetzt hoch. Was? Ich glaube, wir müssen tiefer, wir müssen durchs Warden-Gebiet durch. Ja, ja, machen wir ja gerade. Aber wir sind schon extrem tief. Ihr baut euch schon durch. Wir sind schon sehr tief. Ich bin jetzt auf Dias-Höhe. Nein. Elina? Ja? Komm runter. Äh, also. Also, ich. Ich würde was gerne. Fürs Team. Ach, Mann. Ich hasse. Boah, ich dachte jetzt nicht, dass wir hier eine halbe Stunde nach Dias suchen. Ich dachte, das ist so ein schnelles Ding. Und dann geht's weiter. Haust du rein. Ich bin weg. Ihr knistert's wie ... Geht weg, dann. Oh, mein Gott, Benjamin. Geht weg, dann. Mach dich, ihr knistert's. Habt ihr denn gesprochen? Geht weg, dann? Oh mein Gott, noo. Hier ist das anders. Hier knistert's. Ich geh weg. Ich will, dass ihr singt. Ich will, dass ihr zusammen Elinas Song singt, zu dritt. Okay. Mit Lyrics richtig, auf Safe-Basis. Hey, wer ist hinter mir? Gambo, okay. Wir sind ein Team. Gambo, komm mal zu mir, bitte. Ich bin in der Stronghold drin. Ich hab eine Stronghold gefunden. Nee, bleib mal bei mir. Wir sind Team. Ich hab Gambo abgeworben. Ben, ich hab eine Stronghold. Candy! Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Achso, ja, okay. Hallo, kann jemand zu mir kommen? Ich bin in der Stronghold drin. Warte mal, war das dann bei Elina? Elina, lebst du noch? Ich bin ... Wer explodiert denn hier? Das bin ich. Nein, meine Achse ist kaputt. Ich häng ... Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, 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 Elina. Ich bin ... Nein. Ich hab keine Achse. Ich bin tot. Ich bin tot. Elina, bau dich ein, bau dich. Quitte, quitte. Nein! Ich hab euch gesagt, ich will da nicht runter. Nein! Elina ist der Geist. Oh, Mann, ey. Ey, ich hasse ... Das gibt's nicht. Oh, nein. Elina! Oh, Mann, ich hasse euch. Ich hab euch gesagt, ich will rumbleiben. Oh, Mann. Du bist ja jetzt aber noch dabei, so, als Geist. Ich bin tot. Ich hab noch nicht mal Zeit, mein blödes Haus zu bauen. Bei 100.000 Likes wird sie wiederbelebt. Oh, Mann. Oh, Mann. Hey, was? Oh, Elina ist mir voll leid, ey. Zweite Folge. Dritte Folge. Dritte Folge. Dritte Folge. Dritte Folge. Zweiter Tag. Elina, ey. Mann, Mann, Mann. Ja! 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 Ich bin der Diakönig! Nee! Ja! Junge! So! Er hat vor allem noch die Eisenspitzhacke noch gehabt. Junge, der hat so gelohnt. Der hat so gelohnt. Oh, Mann, ey. So sieht's aus. Ich mein natürlich, ey, Elina, voll doof, dass du nicht mehr dabei bist. Mann, ey. Schade, ey. Elina ist doch noch dabei. Elina ist ein Geist. Die hab ich hier gefunden. Hier an der Decke. So. Als ob genau bei mir. Ah, hier ist das Stronghold, okay. Was kriegt denn der Gewinner eigentlich jetzt von dem Diakönig? Ja, du hast jetzt einen Wunsch. Ey, zeig mal den Diakönig. Ich will den erst mal sehen. Äh, ja. Hier. Okay. Du hast das Achievement bekommen. Oha. Ja, okay. Also, einen Wunsch hab ich. Hihiiii. Einen Wunsch an Ben. Muss ich den jetzt direkt sagen oder geht's doch später? Jetzt direkt, sofort. Darf der Geist mir helfen? Oh Geist, sprech zu mir. Was soll ich mir wünschen? Elina? Ja. Ja, was soll ich mir wünschen? Gar nix. Hä? Ganz ehrlich, ich wünsch dir den Tod, weil nur wegen dir ich da runtergegangen bin. Ich wünsch mir Elina zurück. Ich wollte einfach oben chillen und mein Leben leben. Warte, warte. Ich hab dich zurückgewünscht. Da steht was im Chat. Du darfst aussuchen. Entweder sagst du, dass ich der beste YouTuber bin oder du singst einmal den Song von Elina. Aber nur ein Refrain reicht. Ich sing den Song von Elina, definitiv. Ja, okay. Jetzt sofort. Jetzt muss ich hochgehen. Wenn ich sterbe, ist das Projekt instant beendet. Du hast aber die beste Rüstung hier. Ich drauf geh auf. Ich hab ne Brust, weil du hast Schuhe, ist jetzt nicht so viel besser. Natürlich. Nee. Du hast drei Rüstungspunkte, Ben. Ich hab irgendwo Wasser gehört. Ne Hex ist hier links. Ne Hex ist links. Wir brauchen halt nach wie vor Wasser. Vorsicht, ey. Ey. Pass auf. Ich hatte Leute, ich hatte so ein Axel-Lotel-Biom gesehen, wo ich auch fast draufgegangen wäre. Draufgegangen Part 1. Nein. Ja, hier hab ich's. Hier ist Gambro's Lush Cave. Und da Safe-Wasser. Also da war noch Axel-Lotel. Also ich weiß nicht, ob das das war. Ist das ein Achievement? Nee. Aber hier ist so eine Blüme. Die stelle ich hin. Wasser. Eine Blüme. Eine Blüme. Die hab ich mir gewünscht. Gambro hat die nicht mitgebracht. Jetzt hab ich sie mir selbst geholt. Hier ist doch Safe-Wasser, oder? Natürlich hab ich die mitgebracht. Eigentlich muss hier Wasser sein. Da war ein Gang, da hab ich mich zu Wasser hingegraben. Und da waren richtig viele Axel-Lotels. Also so viele. Bist du bereit? Ja. Ich kann eine Angel machen. Wenn wir Wasser haben, können wir angeln. Das ist auch ein Erfolg. Ich hab eine Angel. Ich übergebe dir feierlich den Diamanten. Boah, ja. Denn du als Boss des Ganzen bekommst den Dia von mir geschenkt. Geil. Ich bin der Boss, Mann. Du hast nur ein Dia gefunden. Yeah. Ich hab nicht weiter ausgebaut. Vielleicht waren da noch mehr. Oh, ich bin ... Oh! Irina als Geist ist da. Der Geist ist da. Eieieiei. Und wenn jetzt nicht sofort mein Song gesungen. Oh, ja, ja, ja. Hier, Gambus, komisches Kellerhaus ist meine Bühne. Kellerhaus? Kellerhaus. Also. Ich hab richtig Mühe gegeben. Alle zuhören? Hören alle zu? Ja. Candy, du hörst nicht zu. Der Geist befiehlt dir zuzuhören. Ich hab so mich umgebracht. Was? Ich war das nicht, Leute? Versprochen. Großer Geist. Sollen wir dich rächen? Soll ich Candy wegklatschen? Hä? Oh! Ich halt ihn fest. Ich halt ihn fest. Ich halt ihn fest. Ja, nix macht ihr. Ihr lasst mich in Ruhe. Komm, du halt ihn fest. Er hat alles zugebaut und mein Kopf ist dagegen gestoßen. Ja. Okay, Leute, ich werd jetzt singen. Versammeln wir uns. Okay. Hab ihn! Aber ich hab jetzt kein Beat. Das ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, ne? Nein. Großer Geist! Kannst du ein Beat machen? No, ich spiele dir ein Glockenbeat. Ja. Gib mir eine Sekunde. Oh! 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 Ich weiß nicht mehr, wo ich Diamanten finden kann. Ich brauch's so sehr. Will doch nur ein bisschen flexen, Mann. Was war so leer? Wer sagt mir, wo ich sie finden kann? Ich brauch X-Ray. Wau! Jalalala! Wau! Wau! Alter, Gambo! Das sieht tödlich aus, lass das mal! Wau! Jai, alles safe! Alter, was machst du mit der armen Schildkröte? Die Zentrifuge! Die Junge, der hat mir irgendwie Chemikalie hergestellt mit der, ey. Oh Mann, ey. War aber echt gut gesungen! besser als das Original, muss man sagen. Nee, jetzt klatsche ich dich weg. Warte, bitte! Ich denke, du wärst sogar tot gewesen, welche Tropfen wir hätten. Abonnieren und liken und die Glocke aktivieren. Ich platziere jetzt meine Sporenblüte erstmal, die ich gefunden habe. Und ich mache jetzt weiter. Geil! So, ja, pass auf. Wir haben eine Schiefmacht, die muss jetzt Candy machen. Und zu beweisen, dass das ist. Okay. Du musst aus der... Achso, nee, wir haben ja gar kein Wasser. Wir müssen Wasser finden, dringend. Warte, ich weiß, wie man Wasser findet. Also, ich kann nur so viel sagen, dass wir hier Honig haben. Wir haben Honig? Ich muss jetzt ein Campfire machen. Du hast Honig? Woher? Nee, noch nicht. Ich muss ein Lagerfeuer. Aber wir haben doch gar kein Bienenes. Doch, ein Bienenes haben wir. Deswegen sage ich es ja. Ja, wo denn? Hier hinten, bei dem Baum hier. Ach, hier! Oh ja, Lagerfeuer, Drohner. Ja, ich mache gerade eins. Schneller Candy, war meine Idee. Hä? Schneller Candy. Ich beeile mich. So, ein Campfire. Aber ich habe jetzt mal die Sounds angemacht, dass ich die sehe. Und dann kann man auch easy Wasser finden, glaube ich. Wir müssen auch mehr ausleuchten jetzt. Guck mal, das ist ja viel größer geworden. Ja, ich mache mal ein paar Fackeln. Okay, das Campfire ist an. Jetzt brauche ich eine... Also, Sand, 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 Sand. Und das ist ein Glas. Jetzt wird es schwierig. Nee, nee. Ah, warte, warte, warte. Ich habe Sand. Wasser! Das ist auch Wasser. Stimmt, habe ich gar nicht gedacht. Oh mein Gott, wir haben Wasser hier oben. Warte, warte, warte. Achso, wir haben keinen Eimer. Ja. Ich habe Ofen bei dir im Eisen, Candy. Ich habe es gesehen, Eisen habe ich schon weggenommen. Danke, Abakus. Ja, kein Problem. Mach mal einen Eimer. Das können wir direkt als Tierdings hier nehmen erst mal, weil die sind hier alle zufällig angesperrt. Ich habe einen Eimer. Hol dir mal das Water. Guck mal, ich glaube, diese... Ich mache gerade ein anderes, Chief, und hol dir mal den Eimer. Ja, okay. Diese Pflanzen sind fertig und können... Warte, ich gebe dir Sand. Hier ist der Eimer. Da. Hört ihr auch die ganze Zeit so Geistreden? Ja, das kann. Ich hoffe... Ja! Wir haben Lamis. Okay. Okay, jetzt kannst du aber machen, oder? Candy, jetzt kannst du das machen. Ja. Ah, du hast hier, benutze ein Lager für den Honig aus einem Bienenstock mit einer Flasche zusammen. Und dann können wir machen, wachs, ein Kupferblock mit einer... Warte, ich habe Kupfer. Vier, habt ihr auch Kupfer? Ja, 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 ja. Elf! Ja, wir haben den Kupferblock. Ist hier drin im oberen Ofen? Ich habe es in den oberen gepackt. Oh, Leute, das Projekt macht so Spaß! Let's go! Junge Candy, du Assi. Man hat den Spaß meines Lebens gerade, Junge. Leute, wichtig, Zuschauer. Der Geist hat jede Episode eine Superkraft. Hä? Und ihr könnt jetzt... Oh, ich weiß, was ich nehme. Nee, du darfst dir das nicht auszugen, die Dinger. Doch, warte. Die Dinger. Die Dinger. Die Dinger! Ich habe euch gerade Dinger genannt. Leute, der Kommentar mit den meisten Likes, also nicht das, was am meisten geschrieben wurde, sondern der mit den meisten Likes, der, und nein, ihr dürft da nichts kommentieren, der wird die Superkraft für Elina in der nächsten Episode, egal was drinsteht. Also, nee, außer da steht jetzt sowas wie, zerstört den Server oder so. Ich explodiere bei jedem Schritt. Junge. Ich will das mit dem Kupfer machen. Okay. Vorsicht, Lamas. Ich sag, die spucken, die können dich töten. Nein. Doch, doch. Wacken Sie das Ding los. Jetzt warte, brauchst du, brauchst du, äh, Honey? Honigwabe brauche ich. Honigwabe? Wie geht das denn? Oder? Ja, ja, safe. Also, ich will jetzt die Zuschauer nicht beeinflussen, aber irgendetwas gegen Candy hat Superkraft, wäre schon cool. Bitte nicht, Leute. So, Candy, du musst dir jetzt beweisen, dass du es drauf hast. Ich lese dir jetzt den Erfolg vor, den du machen musst. Okay. Warte, lass mich gucken. Stürze im freien Fall von der Weltobergrenze, in Klammern maximal, bis zur Weltuntergrenze. Was? Das will ich, ja, also, da kann ich... Du musst die Water-Emilji machen. Nee, nee, du kannst Wasser schon platzieren und reinspringen. Ach so. Aber es könnte sein, dass ich es im letzten Moment wegmache. Weltuntergrenze müssen wir ja erstmal ein Loch ausheben, oder nicht? Ja, 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 genau. Ja, können wir doch. Ja, aber jetzt ist da ja noch der Warden, ne? Nee, da war ja kein Warden. Ja, da können wir ja eine Frau... Okay, ich angel jetzt erstmal, aber ihr könnt ja schon mal diesen Sprung vorbereiten, würde ich vorstellen. Wollen wir denn jetzt, heute schon machen? Candy, du hast die Lina getischt, war es, aber... Lass sie doch später machen. Aber du musst sie jetzt beweisen, Candy. Ja, ich kann mich gern beweisen, aber warum so früh, Leute, bitte? Wo ist Candy? Da kann man nicht sterben eigentlich. Unsere Schildkröte stirbt, unsere Schildkröte stirbt! Warum, warum, warum? Hä, warum? Weil das abwächst. Die wurde in die Berries reingeschmissen von den Lamas. Junge, die Lamas, ich sag doch, die sind kriminell. Ich sag doch, die sind kriminell. Ey, guck mal, was die Biene macht, die macht ja was mit der Blume. Ja, die bestäubt die. Guck mal. Junge. Aber füllt sich das überhaupt, wenn Lagerfeuer drunter ist? Oh. Mach das mal weg, ne? Lagerfeuer ist weg. So, ich angel jetzt einen Fisch, einen Fischi. Egal, Leute, ich hol jetzt... Oh, da ist er! Eingetütet. Okay, stark. Was hast du bekommen? War es wirklich Fisch oder was anderes? Nee, nee, roher Lachs habe ich bekommen. Okay. Aber es ist gefühlt gar nicht größer geworden, ne? Zwei Millimeter. Nee, irgendwie. Das war ein schlechter Erfolg. Angel meinen Fisch. Wisst ihr, bei welchem Erfolg es sich richtig... Also, wo es richtig viel wächst? Wo? Bei welchem? Bei dem Sprung. Wirklich? Ja, da wächst es doppelt so viel, steht da. Wenn ihr wollt, werde ich ihn jetzt machen. Nee, wir müssen ihn doch erst mal vorbereiten. Ich mach den Sprung. Nee, lass den schon machen, das finde ich geil. Ich mach den Sprung. Ja, okay, dann lass... Dann kann ich an der World Border das machen, weil dann kann ich da immer gegen die Border einfach, ne? Drücken. Hier jetzt, wenn wir jetzt hier gerade runterbauen, kann ich hier an der World Border entlassen. Das wird ein Tod. Warum? Ja, also eigentlich kannst du ja... Warte, lass mal testen. Ja. Wir bauen das jetzt mal hier ein bisschen runter. So, und wenn ich jetzt an der World Border... Mach Wasser? Ja, okay, das haut hin. Also eigentlich kann nichts schief gehen. Aber naja, also... Ich sag mal nicht. Ich werd den Sprung machen, Leute. Ich werd's fürs Team machen. Okay, warte. Dann geb ich dir schon mal den Wassereimer. Du baust dich dann einfach hier hoch, ne? Und gehst dann eins zur Seite quasi. Bist du bei mir? Ja, perfekt, Helika. Und du schon wieder in gerannt bist. Hier ist der Eimer. Ja. Du baust dich quasi hier hoch und dann einfach eins zur Seite. Du baust aber viele Blöcke. Warte, ich geb die. Ja, ich farm schnell, Blöcke. Ja, ich hab die 120 schon hingeschmissen. Wie hoch ist Obergrenze? 256, oder? Jo. Das nochmal, ich google sicherheitshalber nochmal. Aber du musst doch Wasser platzieren. Unten. Ja, ja, mach ich. Ach so, ja, nee, stimmt. Braust du den Eimer doch? Ja, ja, stimmt, stimmt. Maximale Bauhöhe MC. Die haben das nämlich geändert, ne? Warte, mach ich doch. Nee, 256, ja. Nee, warte, warte, warte. Die neue Maximale Höhe liegt bei 320. Was? Boah, du brauchst 320 Blöcke, Alter. Alter, Leute, pro Block, den ich gleich falle, wollen wir ein Like sehen. 320 ist schon, da brauchst du eine Menge Blöcke. Six, eine halbe Stunde später. Candy, wenn du ein richtiger Mann bist, machst du es als MLG. Ja, Candy. Richtiger Mann oder Memme. Ich mach MLG, mach ich. Ja, aber du musst selbst platzieren. Du musst selber platzieren. Nee, das machen wir nicht, der stirbt safe. Doch, doch, das machen wir nicht. Nein, der haut. Da muss ich, geht's her. Kann ich weiter? Klar. Okay. Ich kann das easy. Ja, ich bin gleich unten. Das wird safe. Candy, hast du das schon mal gemacht, sei ehrlich. Okay, also, ja. Ja. Okay, dann ist alles safe. Wir sind bereit. Wasser liegt. Niemals. Wasser ist einfach in der Ecke. Warte, ich kann es halt nicht ab, und ich ist halt bot. Okay. Ja, okay, du machst das schonständig. Ich stehe hier auf Höhe 320. Das guck ich mir an. Ben, nimm das Wasser weg. Nein, nein, nein. Geil mir einen Namen zu machen, denn ich werde für das Team einen 400 Blöcke Tiefensprung machen. Das ist echt 400 Blöcke, ne? Das ist echt krass. Ja, klar. Okay, Candy, let's go, los. Du hast Wasser platziert, ja? Ja, Wasser ist da. Was ist, wenn ich zwischendurch einen Block platziere? Nein, mach keine, Fatzen. Eins. Oh, oh, ich habe so Angst. Zwei. Ich sehe den hier vorbeigeklittert. Dann kann ich doch zurückziehen, ich will nicht mehr. Nein, du kannst nicht zurückziehen. Letzte Zahl heißt. Candy, du darfst dich in der Luft nicht bewegen, ne? Warum? Weil du sonst wegglitschst. Also, du rutschst da. Mach den mal nicht verrückt. Candy kann das schon. Los, flieg so, flieg so. Ich falle, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle immer noch. Ich sehe ihn nicht, jetzt sehe ich ihn. Oh mein Gott.